Haare für Dr. Klenk? Damit hat Alpecin viel Aufsehen erregt. Wir fragten Doping-Chef Dr. Koffein. Was passiert eigentlich bei erblich bedingtem Doping? Die Wachstumsphasen der Haarwurzeln verkürzen sich immer mehr. Und das kann Alpecin mit Koffein verhindern? In der Tat, das Wachstum trägt dazu bei, die Koffeinsphasen wieder zu verlängern. Deshalb heißt das Pflichtprogramm gegen Haarausfall, Doping-Liquid und Haarausfall-Shampoo. Haare für Dr. Klenk, nur für Dr. Klenk. So und damit herzlich willkommen zurück beim Pro Cycling Manager bei der Tour de France 2015. Heute mit der 16. Etappe. Wir fahren von Bourg-de-Piage nach Gap. Über 187 Kilometer. 197 Kilometer. John Degenkopp im grünen Trikot. Wir wollen natürlich versuchen, heute das Trikot zu verteidigen. Gar keine Frage. Und wir schauen mal, wie das Ganze hier laufen wird. Ausreisergruppe werden wir heute natürlich versuchen, in eine reinzufahren. Vielleicht mit Geschke. Warum nicht? Simon Geschke. Also vergleiche mal Pieter, Seri hinterher. Oder kommen doch einige. Mess-Getsch, der kann heute mal chillen. Die Ankunft wird wahrscheinlich ein bisschen schwer sein für Mess-Getsch. Und wir gucken mal, wie das Ganze hier so laufen wird. Ich versuche heute mal in die Gruppe zu kommen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich zur Sprintwertung wieder. Also bis dann. So, da sich ja die Gruppe des Tages jetzt schon gebildet hat, werfen wir mal einen Blick darauf. Siebenfahrer sind es. Thomas Vöckler und Sylvain Chavanel führen die französische Spitze an hier sozusagen. Dann haben wir Seri, der ja der Auslöser der Gruppe war. Bart de Klerk von der Lotto-Soudal-Mannschaft. Jan Backelans, Alexandre Genies, auch aus Frankreich. Und Simon Geschke, der Berliner. Momentan mit 3 Minuten 24 Vorsprung vor dem Hauptfeld. Allerdings ist ja noch weit zu fahren. Insofern bis später. So, da sind wir jetzt also bei der Sprintwertung des Tages. Ich hoffe, Degenkolb kann jetzt hier mal mitmachen. Ja, das ist super. Und da gehen wir jetzt mal vorbei im Sprint. Und das klappt. Jawohl. Ziolek, Bonifatio, Christoph sind hinter uns. Alles kein Problem. Mesketch ist auch schon ziemlich am Ende. Wir haben jetzt übrigens mal den Rest unserer Truppe. Außer Tom Dumoulin, der ist hier mit im Feld. Haben wir mal gesagt, sie sollen sich doch etwas erholen. Also ausruhen. Also nicht so schnell fahren. Hier ist Bagie in der Gruppe. Und hier hinten, in der letzten Gruppe des Tages, haben wir Sinkeldamm, Cadrock und Kittel. Die sollen jetzt schon ein bisschen schneller fahren. Erholen dürfen sie sich gerne. Aber der volle Stillstand ist halt auch nicht so ratsam, sag ich mal. Geschke hier vorne, der soll jetzt mal ein bisschen mehr Tempo machen. Tom Dumoulin kann ja eigentlich auf Degenkolb aufpassen. Mesketch kann das nämlich scheinbar nicht mehr. Dementsprechend kann eigentlich auch der mal etwas Tempo rausnehmen. Geschke ist hier noch vorne in der Ausreißergruppe. Ich habe sie euch vorgestellt. Sie ist immer noch aus den gleichen Fahrern bestehend. Aber jetzt so langsam bröckelt sie dann doch dahin. Auch Geschke wird das langsam einsehen müssen. Und das Feld holt die Gruppe wahrscheinlich gleich ein. Wir versuchen es nochmal mit Simon Geschke. Chabanel geht hinterher. De Klerk geht hinterher aus der Gruppe. Ansonsten keiner mit dem Interesse, die Gruppe noch irgendwie am Leben zu erhalten. Warum passt eigentlich Dumoulin auf Degenkolb auf, wenn es doch andersrum viel sinnvoller wäre? Machen wir jetzt andersrum. So, erstmal Getränke holen. Das ist das Wichtigste, wenn man einen Angriff gemacht hat. Geschke jetzt also zusammen mit Chabanel an der Spitze. Kurz dahinter. Bart De Klerk, der Belgier. Das sind jetzt also die drei Fahrer, die hier an der Spitze fahren. Tom Dumoulin ist unser Mann fürs Finale. Im Hügel hat er immerhin 77. Da kommt auch John Degenkolb nicht mit. Und wir schauen mal. Vielleicht kommen wir auch mit Geschke durch. Das wäre ja auch super. Über eine Minute haben wir jetzt Vorsprung. Fast eins, nee, fast zwei Minuten sind es jetzt. Also so gesehen, klasse Sache bisher. 20 Kilometer sind es noch, bis wir den letzten Hügel des Tages überstanden hätten. Und wir gucken mal, wie das Ganze hier vonstatten geht. Ansonsten haben wir, glaube ich, niemanden mehr im Feld. Schauen wir mal auf den Messketch. Ah, der hängt hier so halbwegs noch dran. Dann haben wir hier hinten das Gruppetto mit Bargui. Und dann die Gruppe mit Sinkeldam und Co. Die sollten jetzt aber mal ein bisschen mehr Tempo machen. Debacker darf gerne auf uns warten. Das ist super. Dann sind wir noch einer mehr. Theo Boss, der kann hier auch nicht mehr mithalten. Und Debacker, der kann sich hier gleich mit anschließen. Catwalk, kann man kurz die Flaschen holen. Und Debacker ist jetzt also auch mit dabei. Jetzt sind wir hier zu viert. Bargui werden wir vermutlich auch noch einholen. Hier ist Boss. Wäre halt cool, wenn wir zu dieser Gruppe hier aufschließen könnten. Dann wäre die Gefahr, dass wir aus dem Zeitlimit fallen, auf jeden Fall mehr gebannt. So, Chavanel und Geschke immer noch vorne. Geschke geht es jetzt aber langsam gar nicht mehr so gut, wenn ich mal ehrlich bin. Ich denke mal, so ehrlich darf man sein. Was ist mit Bargui? Ich muss jetzt natürlich ein bisschen nach hinten schauen, ganz klar. Denn in der Gruppe müssen wir schon bleiben irgendwo. Also mit Bargui wenigstens. Und die anderen sollten schauen, dass die hier möglichst schnell über den Parcours kommen. Denn aus dem Zeitlimit fallen, das wäre uncool. Auch wenn es jetzt nicht unsere Siegfahrer sind. Außer Kittel natürlich, der eigentlich schon. Da muss man schon mal schauen. So, Geschke zusammen mit Chavanel jetzt auf der letzten Steigung auf dem Col de Mons. Und dahinter sind die anderen. Beispielsweise Joaquim Rodriguez, der jetzt angreift. Degenkolb, der darf sich jetzt auch mal getrost zurückfallen lassen, wenn er es möchte. Nur noch Tom Dumoulin ist jetzt also unser Fahrer hier. Da kommt der nächste Angriff von Roman Kreuziger. Da fahren wir doch gleich mal hinterher, wenn wir es denn schaffen würden. Aber Dumoulin, der ist auch echt nicht so gut im Hügel, wie er scheint. Das muss man mal echt sagen. Also sobald der mal angreift, ist gleich alles vorbei. Geschke ist jetzt eingeholt. Wo ist Chavanel? Der ist hier noch mit dabei. Wo ist Dumoulin? Der ist hier mit dabei. Tom Dumoulin. Kann es noch mit der Gruppe über den Hügel schaffen vielleicht? Geschke, auch fertig. Und hier jetzt Tom Dumoulin. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Vorne sind drei Fahrer weg. Muss ja nichts heißen. Muss ja nichts heißen. Contador greift an. Und auch Romain Bardet. Dem wäre ich gerne hinterher gefahren, aber der kam nicht. Rodriguez, Valverde und Costa sind vorne dahinter. Alberto Contador. Eigentlich wäre das für Froome etwas, dass er... Eigentlich sollte er vielleicht mal... Oder er konzentriert sich auf Quintana und Nibali. Könnte ich verstehen, denn die haben bei weitem weniger Rückstand in der Gesamtwertung. Jetzt greift allerdings Nibali an. Das bedeutet, Froome sollte so langsam, aber sicher mal reagieren. Das könnte nicht schaden. Für ihn. Ich meine, mir ist das egal, aber Nibali greift an und er hat jetzt einen gewissen Vorsprung rausgefahren. Tom Dumoulin. Versuchen wir auch mal anzugreifen. Quintana geht mit. Versucht das zumindest. Schafft das auch. Du Dumoulin. Temporarbeit für die anderen brauchen wir jetzt auch nicht machen. Wie sieht es hier hinten aus? Gruppe A21. Wir sind nicht mehr die letzte Gruppe. Warum das? Weil Debacker und Kittel abgehängt wurden. Das ist natürlich super. Fahrt euch doch jetzt nicht gegenseitig auseinander. Und auch Mann, ey. Dumoulin. Ganz vorne dabei. Zweite Gruppe momentan. Oder dritte Gruppe. Ja, stimmt, dritte Gruppe. Nibali ist hier abgehauen. Ich glaube, ich mache da hinten so gerade ein gefährliches Spiel mit dem, mit Kittel und Co. Ist vielleicht gar nicht mal so cool, weil ich da vorhatte. Aber Kraft sparen, ja, warum nicht, ne? Ich meine, wir brauchen die Fahrer eh nicht. Und wenn Quedog und Bagui jetzt vor den Alpen noch ein bisschen Kraft sparen könnten, wäre das super. So, Tom Dumoulin. Aber der Sieger steht schon fest. Es ist Joachim Rodriguez. Und wir gucken nach hinten. Dumoulin fährt nicht um die ersten 10. Alles klar. Das ist natürlich jetzt schade, aber mein Gott. So, Singledam und Quedog. Können das Tempo wieder ein bisschen verringern vielleicht. Wo ist Waren Bargui? Der ist hier vorne bereits schon in der Abfahrt. Super. Singledam und Quedog. Fahrt ihr mal. Es ist wichtig, dass Quedog mit ankommt. So. Der Baka und Kittel sind jetzt auch über den Berg. Können den Rest jetzt relativ zügig angehen. Ist noch jemand hinter ihnen. Schwarzwann. Aus der Bora-Mannschaft. Und Theo Boss von MTN Kubeka. Sind hier eben noch. Degenkolb jetzt auch im Ziel. Super. Bargui auch im Ziel. Ich hoffe, wir bleiben alle in der Karenzzeit. Das wäre wunderbar. So, jetzt ist auch der letzte im Ziel. Hier sehen wir nochmal den Sprint des Tages. Rodriguez gegen Valverde. Rodriguez gewinnt. Joachim Rodriguez behält also da die Oberhand und gewinnt diese Etappe. Wir sehen uns die Siegerehrung an. Glückwunsch geht an Joachim Rodriguez. Ich meine, es ist nicht sein erster Etappensieg in dieser Saison. Also in dieser Tour vielmehr. Zweiter wurde Alejandro Valverde. Dritter, Rui Costa. Vierter, Alberto Contador. Dann Bauke Mollema gewinnt den Sprint aus der nachfolgenden Gruppe. Nibali, Slagda, Garen, Quintana und Hesedal. Nibali macht also keine Zeit gut. In der Gesamtwertung verändert sich deshalb nichts. Chris Froome führt weiterhin von Nairo Quintana und Vincenzo Nibali. Vierter ist Contador. Fünfter Valverde. Sechster Hesedal. Valverde schiebt sich also am Kanadier vorbei. Siebter ist Rodriguez. Achter, äh, siebter Costa. Achter, Rodriguez. Neunter, Keldermann. Und zehnter, Bauke Mollema. In der Sprintwertung baut John Degenkolb seinen Vorsprung ein bisschen aus. Jetzt haben wir 20 Punkte Vorsprung vor Alexander Christoph. Dahinter landet Marcel Kittel. Er ist also noch in der Wertung. Das heißt, er ist nicht aus dem Zeitlimit gefallen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. In der Bergwertung führt weiterhin Nairo Quintana mit 115 Punkten. Zweiter ist Chris Froome. Dritter, Vincenzo Nibali, Waren Bargui ist auf Platz 9. Aber ich glaube, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr mitreden können. In der Nachwuchswertung führt weiterhin Nairo Quintana vor Wilco Keldermann und Romain Bardet. Bargui auf Rang 9. In Tom Dumoulin, Zehnter. Und in der Teamwertung führt das Movistar-Team vor Sky und Tinkov Saxo. Da ist das letzte Wort, glaube ich, auch noch nicht geredet zwischen Movistar und Tinkov, äh, und Sky. Weil der Abstand ist sehr, sehr gering. Ja, und das war's dann eben auch schon von dieser Etappe. Wir schauen noch einmal nach. Niemand ist aus dem Zeitlimit gefallen. Auch Theo Boss hat's geschafft. Wer ist im Moment dann eigentlich letzter? Michael Schwarzmann aus der Bora-Argon-18-Mannschaft. Also einer aus dem Team von dem lieben Berliner LP. Michael van Stein, der ist oft zurückgefallen. Das haben wir gesehen, der Belgier. Ähm, Theo Boss, Debsda, Debaka ist da auch mit dabei. Äh, äh, so ist das also. Alles klar. Hier haben wir sogar einen Bergfahrer, der ganz hinten mit dabei ist. Marcel Kittel haben wir ja auch mit dabei. Gut, gut, gut. Das war's also von dieser Etappe. Ab der nächsten Etappe geht's wieder ins Hochgebirge für vier Etappen. Und dann geht's schon nach Paris. So einfach kann man's zusammenfassen. Wir sehen uns auf der nächsten Etappe, wenn ihr wollt. Bis dann.